dieser mercedes benz b 180 steht hier zum verkauf der silberne kombi hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des autos liegt bei unter 64.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2011 der kombi verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie esp isofix kindersitz befestigung einparkhilfe tempomat regensensor und vieles mehr unter der haube gibt der erdgas cng motor eine leistung von 136 ps an das automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 7,6 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen ein